Willkommen zurück von der IFA 2016 in Berlin. Ich sitze heute bei Sony, wo das Xperia X Compact und das XZ vorgestellt wurde und das gucken wir uns heute mal gemeinsam an. Das Xperia X hatte ich ja bereits getestet und ich fand es ja ziemlich gut, auch wenn es halt zu teuer war für das, was man bekommen hat. Jetzt gibt es eine kleinere Version und eine größere, stärkere Version davon. Hier ist tatsächlich der gleiche Prozessor drin, ein 2300 mAh Akku. Ich denke aber, der wird gar nicht so schlecht performen, weil es beim Xperia X ja auch schon ziemlich gut war. Wir haben dieselbe Kamera und jetzt hier so einen neuen Streifen, in dem der Laser-Auto-Fokus und Blitz und sonst noch irgendwas drin ist. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ist glaube ich auch wieder mal ein bisschen Marketing. An sich muss ich aber sagen, die neue Form von dem Gerät gefällt mir ziemlich gut. Wir haben jetzt unten USB-C. Endlich muss man ja sagen, Sony war da ja so ein bisschen hinterher. Aber das Gerät ist an sich schöner designt als die Vorgänger. Gefällt mir sehr gut. Ein 4,7 Zoll Display. Ne, 4,6 Zoll Display. Aber hat halt nur eine HD-Auflösung. Ich denke, in dieser Größe ist das noch okay. Cooler wäre es aber natürlich gewesen, wenn es jetzt ein Full-HD-Display gewesen wäre. Wir haben hier Android 6 drauf. Ganz normales Sony-Software. Hier ist eigentlich nichts spannenderes. Weiterhin Remote-Play und so weiter. Also das ist so das kleine Einstiegshandy, sage ich mal. Das kostet 100 Euro weniger als das Xperia X. Und dann haben sie auch das Xperia XZ vorgestellt. Das Z steht natürlich für das Ende des Alphabets. Also besser wird es nicht mehr. Und hier steckt ein Snapdragon 820 drin und ein Akku, der 2900 mAh hat oder so. Also auf jeden Fall eine Ecke größer. Jetzt nicht der fetteste Akku auf der Welt. Aber das Gerät ist zum Glück endlich wieder wasserfest. Was es ja in der Vergangenheit nicht mehr war. Was ich schade fand. Jetzt ist es das aber wieder. Und ich muss wirklich sagen, das Display sieht unglaublich geil aus. Es ist anscheinend wahnsinnig nah laminiert. Habe ich so noch nicht gesehen. Ist es Corning Gorilla Class 5 oder 4? 4. Es ist Corning Gorilla Class 4. Okay, dann haben wir die Antwort. Wie liegt es preislich? 699, ne? Ja, danke schön. Preislich liegt es bei 699 Euro. Also nochmal ein bisschen über dem Xperia X. Man kann aber weiterhin den Speicher erweitern. 32 GB sind schon drin und auch 3 GB RAM. An sich also ein interessantes Gerät. Es ist auf jeden Fall besser als der Vorgänger. Es wird jetzt denke ich nicht das Smartphone revolutionieren. Aber es ist ein extrem guter Nachfolger. Und wer Sony Smartphones mag, wird denke ich hier auf jeden Fall was finden. Das war's von der IFA bei Sony. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut bis dahin. Ciao. Yeah. Danke schön.